jetzt müssen wir uns erstmal hier eine karte besorgen immer zuerst rechts und ich bin mal wieder komplett raus die blut mumien scheinen mir am gefährlichsten zu sein heftig ja bis jetzt hatte ich so grenzen diesen schon mal warum haben die mumien das noch weniger überlebt als die die mit die weißen die weißen waren noch die schwächsten hier die mumien knirps die haben wohl anscheinend mehr leben sich ja ordentlich schaden ja die sind ja sowas von weg hatte sich ein kinder schlecken kinderspiel du tust schön dein charisma das kalte kichern ich hätte doch zuerst links gehen sollten ja phantom kämpfer habe genug mann oder soll ich mir doch lieber sparen ich weiß es nicht ausgerechnet der macht ein bisschen schaden aber das ist gleich vorbei das die kiste die wollte machen werden ich bin perfekt genau zur karte gelaufen warum bin ich so gut dann geht es mal wieder runter ich sag's doch leute immer erst rechts das ist der trick bei allem und schon wieder die gleiche kombination warum so schon ein bisschen anstrengend wenn ich ehrlich bin danke warum kommt er als letztes egal das beste kommt zum schluss es cooler starb du bist dran sie muss immer volles leben habe sie sich einfach die schlechte doch nein ich hoffe sie kriegt mal ein level ab perfekt dankeschön ach tolle punkte jede runde mp wenn sie einen stab benutzt wenn sie einen stab achso wenn sie einen stab ausgerüstet hat so meinen sie das so wo sind wir jetzt so 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 Dankeschön 4 irgendwie Spalter Mittelheiler Jessica 66, das geht ja alles noch Und weg, was du bist und weg 4 Aber sie kann leider ihre MP nicht teilen, gell? Das wäre halt schon cool gewesen so, dass sie das mit jemandem teilen Jede Runde 4 MP, das ist echt gut Braucht jemand Heilung? Halte ich vielleicht mal selber Ja Ja Ich hätte es wissen müssen, dass hier nichts ist Ja Dein Ernst? Oh Oh Hm, 3 MP Hm Hm Ähm Buh 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 Knack Vollheilung Jengs Äh Dankeschön 271 Das vorkam jetzt mal genau richtig Dass ich den Jengs jetzt fokussiert habe Stress Stress pur Hm 2 MP Aha Aha Rutzel Wurzeln Jetzt gehen sie auf den, aber mache ich einmal Vollheilung Hat Aleks mehr oder? Ahm Bopo Tienen ist ein echt nervig ja warte was ja bin ich jetzt bin ich jetzt bin ich jetzt danke schön und weg ja ich habe jetzt den spiegel nicht mehr wie komme ich jetzt da hoch manu bin ich jetzt echt so blöd warum das ist echt hell ich habe doch jetzt wirklich nichts übersehen oder doch jetzt muss ich nochmal nach der links laufen weil rechts war ja nur die karte kommt verzieht euch ich habe auf euch echt keinen pop und weg mit euch wie du lebst noch 5 mp also doch eiskalt übersehen gibt mir einfach ein helmspalter gibt mir einfach ein dickes schönes brutzel und was macht das kalte kichern keine feinde ach so einer feindgruppe engelsblick bringt irgendwie finde ich nichts das macht schade denn weg mit dir zweimal mittelheilung bringt glaube ich ach so ich idiot zweimal mittelheiler ist ja vollheilen kostet bei ihm ja weniger Tom immer dasselbe wir müssen dafür wachmann mega stärken Geht nur auf den. Achso, jetzt habe ich, egal, gibt es noch eine Mega-Stärkung, hat noch nie geschadet. Außer kommt natürlich als letzter. Okay. Mach einfach wumm. Mich interessiert es eigentlich gar nicht. Sie kriegt genug MP wieder. Perfekt. Oh, heiliger. Er verlebt auch relativ, ja, nicht ganz so schnell als sein MP, aber wir haben halt echt hier wenig so. Alles klar, da bin ich mal wieder komplett raus. Und wumm. Die kriegen kaum Schaden. Und gerade noch mal dasselbe in grün. Langsam wird es echt anstrengend. Und er ist gelähmt. Jetzt komm, beeilt euch mal. Dankeschön. Was bist du für einer? Oh. Nein, er ist es noch nicht. Ist es dein Ernst? Ich bin eigentlich gerade mal wieder komplett raus. Okay, das macht das runter. Perfekt. Da bin ich gleich mal wieder komplett raus. Wir haben jetzt rechts die Treppe hoch. Das machen wir gleich mal direkt. Das ist ein Sackgasse. So, da unten geht es auch noch rum, aber wir gehen jetzt erstmal da rüber. Und holen uns das. Perfekti. Oh, es kommen keine Monster hier. Das wär genial. Weil das ist das meiste, das nervigste an... Okay, ich hab nichts gesagt. Knack. Wie viel Schaden? Oh ja, ganz normal. Oh ja, ganz normal. Oh ja, ganz normal. Oh ja, ganz normal. 4mp. Okay. Brutzel kostet eins mehr. Bin ich gespannt. Ja, macht aber fast weniger, gell? Irgendwie komplett useless hier. Ja man, jetzt kommt, jetzt rück mal schneller machen können. Und er hat es letztes so, wie komisch. Lebenstechnisch. Halt ich mal selber. Und du machst was? Achso, das brauche ich aber, um dann... Ne, halt. Doch, da komme ich hoch. Geh dann da rüber. Und dann, da hinten sind zwei Kisten. Perfekt. Die holen wir uns aber sowas von ab. Ich probiere jetzt mal was aus, ob hier Heiligen Schutz auch was bringt. Weil gegen die Teufelszaten, glaube ich, bringt es doch nichts. Unterm Strich. So, ungutes Gefühl halt, sagt mir das. Aber wir haben wenige Monster. Das ist schon mal auf jeden Fall gemütlich hier. Und... Ich schließe auf. Drachenschuppe. Wow. Mini-Medaille. Klasse. Hm. Mal schauen, was man bei den Drachenschuppen machen kann. Früher oder später sicherlich was Gutes. Äh, nö. Das war... Nö. Ah doch. Doch, doch. So, 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 so. Hier müssen wir... Da geht's nirgends lang. Ah ja. Ich hab's zumindest ganz so kompliziert gemacht. Das ist auch kleine Kinder schaffen. Okay. Hey. Ich komm nicht mal und... Was ist hier hinten dran? Okay. Mhm. 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 Einfach Wurm. 40 ist echt ein wort aber es ist eine zahl aber es ist echt nirgendwo dankeschön wie er einfach durchzieht das sieht schon cool aus aber jetzt hier nicht übertreiben da hinten gibt es nichts mehr ja danke für die heilige schutz aura so das ist jetzt unten und jetzt wieder zurück und dann sind wir fertig wiederum gelaufen hier anstrengend aber es geschafft leute haben es geschafft aber es nicht geschafft ist da unten was besonderes ein troll will ich mich eigentlich trolle jetzt gibt es einfach mal den scharf richter zauber zisch und der engelsblick naja naja ist sogar gelähmt jetzt bin ich gespannt er hat halt durchgezogen helmspalter zisch der hat viel leben der hat echt viel leben jetzt muss ich nur schauen ob es da unten was besonderes gibt in der ecke das ich hier nicht umsonst runter lauf weil und greifen auch noch plötzlich an das ist immer das beste wenn du noch richtig fette gruppe von feinden hast und dann kommt soja greift mal bitte an gön dankeschön so wir brauchen uns hier mittelheilung jessica die müssen zuerst sterben bumm zauber vollheilung ich brauche jetzt eine vollheilung er könnte zu viel schaden kriegen und er ist auch ein healer also sehr wichtig quasi und tot komm schon mach jetzt mittelheilung dankeschön ok das war ich hätte auch vollheilung machen sollen aber passt schon passt schon vertraut mir alles wenn er stirbt ok er braucht wieder vollheilung einfach auf auf jesse angelo braucht es mehr den können wir jessica macht einfach rum sauber vollheilung jengis nein mach jetzt vollheilung mach jetzt vollheilung mach jetzt man das nervt doch es klappt halt gar nichts so neue chance bumm vollheilung jessica dankeschön dass sie mal dran kommt einmal im leben aber jetzt ist sie tot nicht wenigstens kommt der zurück dann gibt es auch gleich mal noch eine vollheilung weichen die monsther als erstes angreifen das macht den größten unterschied weil du dann erstmal richtig low bist und dann neue chance ans ach es bösen ach es bösen schwupp mach mal auf die schwupp ok bringt nix dankeschön dass das geklärt haben Wie oft wollen die das eigentlich noch machen? Besser Tod ist am besten Ok hat nicht geklappt Vollheilung sich selber du machst jetzt erstmal den weg und du machst Vollheilung auf sich selber Perfekt Dankeschön sind wir noch mal gerettet hier Alter chill doch dein Leben ey Und er tötet ihn halt nicht mal sauber Vollheilung Angelo, Angus, Helm, Spalter, sauber, Vollheilung, Gainis Perfekt und das kostet mich jetzt so viel MP Ich kann Ich komme nicht drauf klar Dankeschön dass der mal weg ist das nervt so hart Jessica ist nur ein klotz am bein wenn ich ehrlich bin muss ich immer aufpassen dass nicht stirbt Zutritt kämpft man sich kämpft was ich doch am besten durch Ist der mal weg jetzt ist nur noch die Fazit ich verstehe schon jetzt hat sie nicht mal das XP bekommen weil sie tot ist Dankeschön Mit dem MP Tue ich hier gar nichts machen Dankeschön ey dankeschön dem MP mache ich hier Gibt es irgendwo noch Kisten oder sowas das wäre wenigstens noch ein Trost Einfach verziehen verzieh dich einfach Verzieh dich einfach einfach verziehen mit echt wütend grad man Wenn man schon so eine riesige monster gruppe macht dann wenigstens dass man auch hier drüben wäre eine kiste gewesen und da unten auch noch deswegen gehen wir da zuerst mal hin Und mit heiligem mitschen was okay dann muss ich jetzt auf die komplett andere seite warum habe ich das nicht am anfang schon gesehen Ich mir komplett egal mach einfach wohnen Schauer starb zauberhobe ok haben wir ja ihr würdet sogar was bringen im ernst wir haben wir davon glaube ich eine noch auf lage gehabt oder kessel benutzen zum vereinigen verfluchte objekte das wäre dann die das wäre dann für den das wäre dann für hätten doch eine verfluchte rüstung wo ist die hin Entschuldigung da ist sie 42 42 Ja Die ist von zauberern angereichen schaden und zwei drittel senkt das ist krass das ist gut Ich glaube wir hören hier gleich auf wenn es so weiter geht weil Und wenn wir gehen haben zu wenig mp quasi um hier durchzuhalten Dann müssten wir fast noch mal alles von vorne machen Scharfrichter oder wer schluss Was einmal klappt klappt auch zweites mal sage ich immer Habe ich doch gesagt oder habe ich doch gesagt Wie jetzt ich muss Ich bin ja echt dumm Oder gibt es da drüben auch noch was So jetzt sind wir hier richtig Aber zu perplex dankeschön deswegen ist einmal was klappt Sack Axis bösen auf die drei Du machst einfach nur normale angriffe Dankeschön dass ihr schon wieder alle angreiften Dankeschön dass ihr schon wieder alle angreift und erst mal alle wieder vor mir dran komme Und er lebt auch noch jetzt sind sie endlich tun Verzieht euch Heilige soße selbst wenn ich als erster dran kommen richtig enge kiste Von heilung Eskula starb auf sich selber Einfach nur falls sie nie ich Dreh durch Ich drehe durch Das das klappt nicht glaube ich Alles klar Ich muss echt jetzt mal ganz kurz was machen Und zwar muss ich ganz kurz mal speichern Weil es wird mir echt jetzt so risky Alle gut Was sage ich so schön was einmal klappt klappt auch zweites mal Es klappt echt richtig gut Aber ich glaube es hängt auch vom monster ab also so ein großes monster halt kann glaube ich das schlecht ausweichen Was habe ich verpasst? 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 Ich weiß es gibt nichts mehr Achso Achso hingehen ich bin gerade echt unsicher wo ich das wo ich da landen soll ich bin gerade echt unsicher wo ich da landen soll egal das lassen wir es mal hier so vielleicht müssen die auch einfach noch das gleiche zeigen springstürz runter ich will aufs rote dam 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 die aufnahme schon wieder so ewig lang aber das dauert hier auch ewig ich frag mich einfach nur ob ich hier was übersehen oder ob das so sein soll wo sollen die denn beide bitteschön hinzeigen ich verstehe es gerade nicht weil hier hinten gibt es ja nichts hier soll irgendwas mit dem bild zu tun haben irgendwas mit dem bild vielleicht kann mir die flamme weiterhelfen okay also warte ich glaube ich habe glaube ich habe nicht die ok 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 so das ist auf dem vogel ich glaube ich so weit nee aber jetzt sind doch jetzt sind doch beide auf dem vogel und welchen vogel meine oder ach jetzt auf einmal ich habe ehrlich gesagt keine lust mehr weiter zu gehen weil ja perfekt zum glück haben sie sowas eingebaut die wissen echt wie man spiel macht die wissen echt wie man spiel macht der halber wenn es so ist dann können wir jetzt hier auch rein hau dann können wir jetzt auch rein hau ganz easy leute ich habe schon angst ich wollte schon zurückgehen aber jetzt ist ja alles das ist ja ein traum übertreibt es halt so jetzt gibt es noch eine mega heilung abpralle bei ihm wird sowas als nie perfekt die ach das macht richtig spaß 4 41 alles klar so und gerade wieder geheilt das ist einfach das ist ja genau so aber das sieht mir jetzt ziemlich nach einem boss fight aus ne hoffen wir dass es klappt das klappt jetzt wird er bezahlen hoffentlich hat er genug geld dabei wenn ich ja ich bin ich speicher lieber noch mal kurz ich bin da echt ein bisschen so kritische situation ich bin das ich bin ich bin ich glaube er will gar nicht kämpfen ich bin 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 und er macht nochmal mega stärkung das wir hier auch sicher sind Aber dann tut das nämlich hier zweimal Sichtstärke Wie jetzt kehrt er auf normales Niveau zurück Jetzt gibt es erstmal Scharfrichter Energieschub Mittelheilung Jessica Okay, nein, das war eine Vollheilung, bitte Dankeschön Wir müssen echt immer auf Vollheilung gehen hier Das geht nicht anders Jeff Du gibst jetzt hier mal wieder Neue Junks Jessica Nochmal konzentrieren Zauber Mittelheilung Auf sich selber Okay, gut, sie lebt wieder Okay, er kriegt halt Schaden Okay, er kriegt halt Schaden Wir brauchen nochmal Beschleunigung Wir sind zu langsam, wir sind zu hinten dran Zauber Vollheilung Jessica Wenn wir jetzt konzentration Jessica Mach Beschleunigung 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 Zauber Vollheilung Jeff Perfekt Und er ist halt auch gleich tot Gell Okay, wir müssen uns unbedingt mal hier schneller drankommen Das ist das wichtigste Okay Zauber Vollheilung Okay, er braucht das mal Das nicht machen Er macht jetzt mal Mittelheilung Jessica Fähigkeit Scharf Richter Zauber Energieschub Gengiz Zauber Vollheilung Gengiz Okay, gut Vollheilung Sehr gut Mittelheilung Oh, wir sind erst mal dran Das ist perfekt Jetzt hau ihn weg Hä, es macht irgendwie immer gleich viel Schaden Egal wie konzentriert er ist Autschi, Autsch Okay, wir stehen bis jetzt noch ganz gut da Axt des Bö Achso, das sind alles Geht's Helmspalter Zauber Bumm Zauber Vollheilung Jeff Okay, ich mache den Enki nicht so viel Schaden Okay, ich glaube hier ist jetzt die Multi Mega Heilung Angebracht Achso Äh, er kann sich konzentrieren Zauber Beschleunigung Zauber Äh, Megastärkung Dass wir einfach wieder, ähm Das auffrischen Äh, ja, bitteschön Eine Multiheilung wäre jetzt genial Äh, Megaheilung Engreifen Conzentration Nein Nein, 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 nein Ähm, er hat einfach drauf zauber mega stein aus schwupp mittelheilung giftung glücker beistand sind die resistenz einer feindgruppe gegen magischer ok ich probiere mal mit dem engelsblick vielleicht kann man da was ausrichten ok geht auf ihn das ist gut geht nicht auf ihn dass es gar nicht zauber mittelheilung jessica fähigkeit achste angst jessica machen wir mal schwächung zaubern von heilung jeff ok gut sehr gut sie kommt einfach mit nach ihm dran ist ja nicht mal betroffen gelten bullshit irgendwie könnte man von bossen kann man nie das ding sie ist halt fast volles mp fähigkeit konstruktion zauber energie schub noch mal dass das weiterhin so bleibt und er macht einfach voll heilung dass das ist ja nicht stirbt hat sich verdoppelt ach so das macht also doch wie ich vermutet habe alle buffs weg oder wie ich glaube wir müssen hier mit kleinen konzentrationen arbeiten ist noch einfach besondere einflüsse ich glaub das ist halt schon bullshit zauber voll heilung auf sich selber konzentration beschleunigung zauber voll heilung auf sich selber angreifen konzentration energie schub jengis sauber voll heilung jessica ok gut dann ist er jetzt bereit im nächsten zu geht mir hier nicht auf meinen schönen jengis kämpfen zauber voll heilung voll heilung äh halt eine kruppelột davon ab magie zu verwenden ich probier's mal aus ähm fähigkeit axt der angst genau zauber bumm Zauber, Vollheilung, Cengiz. Okay, gut. Er kommt mit dem Angriff durch. Und macht ihn auch gleich. So wollte ich das sehen. Häh! Im Ernst? Das ist halt miese, gell? Das ist richtig miese. Okay, da hilft jetzt nur noch eins. Das ist die Mega-Heilung. Das ist die Mega-Heilung. Zauber, nochmal. Und du machst nochmal Mega-Stärkung. Ich hätte einfach gerne mal Multi-Heilung. Dass ich nicht immer hier Mega-Heilung machen muss. Sowas wie er, wo einfach alle ein bisschen Leben kriegen. Dankeschön. Ich kann jetzt keine Mega-Heilung mehr machen, gell? Oh ja. Das ist natürlich jetzt kritische Situation. Mittelheilung, Jessica. Axte aus, Jessica. Wum, Zauber. Vollheilung, sich selber. Ich hätte zuerst irgendwie die Klone beseitigen sollen. Aber ich weiß nicht, wie viel die aushalten. Das könnte ja auch zum Problem werden, wenn ich die fokussiere. Angreifen. Axt der Angst mache ich jetzt mal auf B. Vielleicht bringt es was. Zauber, Vollheilung, Janice. Weißt du, wenn ich einen von denen kaputt machen könnte von den Klonen, würde es mir schon reichen. Aber die heben ja auch so viel aus. Jetzt muss ich Vollheilung auf mich selber machen. Konzentration. Zauber. Neckishu. Cengiz. Angelo. Mittelheilung. Muss ich selber mal... Fähigkeit, Axt der Angst. Wum. Mega, Stärkung. Es kann doch nicht sein, dass wir noch zu schwach sind, den zu besiegen. Mann, was ist denn das für ein Schaden? Er ist einfach tot. Und er schläft. Und er schläft. Skular starb. Und es klappt auch nicht. Und sie schläft. Kriegt aber 6 MP. Ähm. Zauber, Vollheilung, Angelo. Angelo. Neue Chance. Janice. Dankeschön, dass es mal klappt. Es klappt halt überhaupt nicht, gell? Hm. Zauber, Vollheilung. Jetzt habe ich nicht mehr mehr Mana. Hm. Kann ich alles vergessen, das spiele ich schon bei. Jetzt kann ich nur noch verzweifelt angreifen. Ähm. Ne. Mehr bist verloren, Leute. Mehr bist verloren. Alla gut. Dann lassen wir es heute so, wie es ist. Würde ich es mal sagen. Ähm. Und in der nächsten Folge machen wir einfach da weiter. Also nochmal von vorne probieren wir es nochmal. Ähm. Genau. Oder ich probiere es nochmal im Anschluss. Und wenn es erfolgreich ist, kann ich es ja quasi... Aber wobei ich glaube, es ist einfach noch zu stark. Ich glaube, ich habe das einfach unterschätzt. Und... Und... Ja. Ja. Ich habe das einfach unterschätzt, den Typ. Dann müssen wir noch, ähm... Da müssen wir uns irgendwas einfallen lassen. Ich frage mich, ob hier... Wupp. Nö. Da kann ich mich mit einer Combo one-shotten. Fliege immer einfach. Also Leute, da waren wir heute besiegt. Dann, ähm... Ich lasse es jetzt nochmal... Bei dem letzten Stand. Ich habe mir noch sonst gesichert, weil ich war mir klar, eigentlich, dass wir... Hier schlechte Karte habe. Wir müssen jetzt, glaube ich, in nächster Zeit einfach wieder, ähm... Mir erkundet die Gegend, wo wir noch erkundet haben. Leveln dabei halt ein bisschen und... Ja, was soll ich sagen. Es ist halt so. Aber wir sind momentan halt noch zu schwach. Dementsprechend... War es das jetzt und... Wir sehen uns dann, ähm... Nächstes Mal, ne? Bis dann. Tschüss.